Hoi, herzlich willkommen auf dem S2. Ich bin Simona, ich bin Pflegefachfrau und zeige dir heute mein Team. Komm mit! Jetzt lernst du Ivana kennen, sie arbeitet auch schon seit vier Jahren bei uns im Team. Hoi Simona! Warum? Weil ich das Team zusammenhalte und schätze mich hier frei empfalten darf und mit der Familie gut vereinbaren ist. Danke! Weiter geht's, komm mit! Jungs! Hoi Simona! Cool, bist du da? Ich arbeite auf dem S2, wir leben im Sonnenskruz, lebe auf dem Morphoz-Team und genau darum komme ich an, da will ich gerne arbeiten. Fair, guter Punkt Joel. Ich schätze die Lernförderung, weil du als Lernender ernst genug wirst auf der Station und ganz ehrlich, das Essen ist 10 von 10. Das ist Elisa, unsere Reihungsfachfrau und überträgter Station. Für mich ist die Freizeitgestaltung ein wahnsinnig grosser Punkt und ich habe an jedem Opener dabei sein. Wir sind im Büro angelangt und da ist das Herz von der Station S2 und da ist unsere Stationsleitung Meli. Hoi Simona! Hoi! Ich hoffe, du hast einen guten Einblick bekommen ins Team vom S2, zumindest einen Teil. Willstest auch du dazugehören? Dann bewirb dich jetzt! Wird uns mega freue! Bis bald! 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 Bis bald!